Sooo, da sind wir wieder bei einer GTA-Mission mit dem... Ungespielt, hallo! Richtig, der hier im Spiel Ungelied heißt. Genauso wie ich FreshSomber heiße. Wir spielen heute die Mission Herausgebaut und Dieb von Martin Madrazzo, wer ihn aus der Story kennt. Aber warum heißen wir so komisch? Wieso? Wieso? Warum gibt's so Leute, die unsere Namen überall klauen? Ich weiß es nicht, die Mission hat eine Bewertung von 94. Echt? Und die haben wir noch nie gemacht? Die haben wir noch nie gemacht. Ja, dann müssen wir ja... Dann kann's ja nur ne geile Mission sein, oder? Vielleicht hab ich sie auch schon einmal gemacht und das ist ne super kurze Mission und die Folge geht eine Minute. Okay, eine Minute, das wär ganz cool. Wenn die Folge super kurz wird, also wenn die Mission super kurz ist, dann machen wir danach einfach doch so ein bisschen Freeplay. Rennen wir doch ein bisschen durch die Welt. Das, was wir am meisten machen. Warum... Ich mag... Ich find's voll komisch bei meinem Mikrofon. Es zeigt immer an, dass ich so leise bin. Also es kann sein, dass ich ein bisschen leiser als Simon bin. Einfach ignorieren. Und ich hol Simon mal ab. Ich hab ein Auto. Ich glaub, das brauchen wir jetzt für die Mission, oder? Weil er stand hier. Ne, brauchen wir nicht. Ne, ne. Er stand aber hier rum. Ich komm mal... Steig mal ein in meinen schönen Cheater. Ich komm bei dir in dein mega krasses Auto rein. Damit machen wir jetzt die alle voll fertig. Der Zombie ist nämlich ein Rich Nigger, müsst ihr wissen. Der hat nämlich schon Level 50 und ich bin noch, äh, im Gegensatz noch etwas, äh, kleiner. Ich hab mir mal ein nettes Auto angespart. Du hast echt... Schalte den Herausgeber aus. Na, guck, wir müssen nur einen Typen... Den können wir ja wieder davor parken, weißt? Das haben wir ja schon mal gemacht. Aber ich glaub, der im roten Auto, ne? Aber... Ja... Pass auf, dass du jetzt keine Waffe hast, sonst wird der auch... Soll ich aussteigen? Ne, steck du aus. Pass mal auf. Äh, ich hab keine Waffe in der Hand. Lalalala. Oh, oh, er fährt weg. Ich halt ihn auf. Okay, du hast meinen Wagen. Du kümmerst dich drum. Wir kriegen den schon. Versuchen nachzukommen, okay? Er fährt richtig schnell weg. Aber wir haben einfach so das krasse Auto. Er ist... Er hat einen Crash gebaut. Okay. Wir müssen ihn nicht in die Luft sprengen. Wir brauchen, glaub ich, irgendwas, was er dabei hat. Okay, dann... Er kommt wieder zu dir. Er kommt wieder zu dir. Sehr gut. Oh! Hab ich... Glaub ich leicht erwischt. Ich versuch mal mit, äh... Aber ich bin schon oben rumgefahren. Ich bin oben rumgefahren. Er ist unten, oder was? Ja, er ist unten. Scheiße, ich bin auch hochgefahren, weil du hochgefahren bist. Verdammt! Ich hoffe, man kann hier wieder runterfahren. Doch, man kann hier runter springen. Ich bin überall gelandet. Wie im Film. Ich bin hinter dir. Ich versuch gerade zu meiner MP zu wechseln. Paar Platteballern. Ja, 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 ja. Er ist... Er ist hier. Ich hab seine Reifen ein paar Mal getroffen, glaub ich. Ich hoffe es zumindest. Wir drehen ihn ab. Er dreht sich schon wieder um. Er hat kein klares Ziel, wo er hinfährt. Er will einfach nur abhauen. Ich glaub, der hat schon ein klares Ziel, aber wir drehen ihn zu oft um. Entschuldigung. Äh, sind deine Reifen schusssicher von deinem Auto? Von meinem, ja. Gut. Von dem, wo ich drin sitze, nicht. Okay. Ja. Ah, ah. Ja, ist der da lang. Wir geben ihm die Richtung vor. Ich hab grad einen Stern bekommen. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, du sollst... Wir müssen halt... Oh Gott, was macht der denn? Ja. Komm schon jetzt. Kann der mal sterben? Wie meine Mini-Uzi einfach keine Kugel trifft. Ich schieb's einfach auf meine Mini-Uzi. Ich schaff auf mich selbst. Ist immer so. Haha. Am Ende explodiert sein Wagen noch vorher. Jetzt brauchen wir so das Auto, um die Mission zu schaffen. Ja, 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 ja. Nein. Oh, er dreht... Oh nein! Er fährt zum Police Department! Okay. Warte, warte, warte! Oh nein, ich bin tot! Mensch, warte! Ui! Ich hab ihn gleich tot! Vorsicht, vorsicht. Du bist auch vier Sterne. Alter, wie viele Kugeln hab ich den denn schon reingejagt? Wie viele Sterne hast du? Warte! Ja! Er ist gestorben! Er ist gestorben! Müssen wir sein Auto nehmen? Wir müssen die Aktentasche nehmen. Aber die ist auf dem Polizeiparkplatz. Okay, komm rein, komm rein zu mir. Wir fahren erst mal weg. Ja, ich ball mich. Ich bin gerade gestorben. Ich muss ja erst respawnen. Ach, du bist gestorben? Ach so, okay. Ich baller mich mit meinem Kariber rein. Weil da liegt ja die Aktentasche, die wir klauen müssen. Bleib du jetzt auf Abstand. Okay, ich bleib ein bisschen auf Abstand. Ich bleib aber so in der Nähe, dass ich dich abholen kann. Ich hab drei Sterne. Ja, ich hab auch drei Sterne. Ich hab die Aktentasche. Okay, pass auf! Versuch, so am Leben zu bleiben, okay? Ja. Ich komm sofort. Ich bin am Weg, ich bin am Weg, ich bin am Weg. Ich seh schon, dass du auf dem Weg bist. Ja, ja, die halten mich ein bisschen auf mit ein paar Polizeiautos. So, warte. Und ich bin da. Wo bist du, wo bist du? Hinter dem Auto. Schnell, 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 schnell! Nein! Ersteigen das falsche Auto! Nein! Du bist tot! Die Aktentasche liegt da. Simon, es liegt an dir! Oh, das hab ich nicht. Scheiße, warte. Ich fahr eine Runde, ich fahr eine Runde, warte. Ah, fuck, das wär so perfekt gewesen. Aber der Charakter wollte einfach jetzt andere Autos werden. Hä? Dein Auto ist die Spawn, weil du gestorben bist! Nein! Scheiße! Nein! Renn um dein Leben! Genau! Na toll! Na toll! Ich bin einfach mitten auf der Straße ohne Autos. Du hast nicht mal die Aktentasche aufgehoben. Ja! Und ich muss wegfahren erstmal. Lass dich doch mal versterben! Ja, ne. Dann aber schweckt das... Ah! Dead! Tschüss! Okay, schade, dass du in das falsche Auto eingestiegen bist. Hätten wir den aber sofort rausgerissen, hätten dann die Polizei abgehängt, dann hätten wir echt schnell die Mission fertig gehabt. Warum ist der plötzlich einfach losgefahren wie Bekloppter? Weil er gecheckt hat, dass ich an die Tür wollte. Okay, dann musst du jetzt schneller an die Tür, okay? Oder ich versuche an die Tür zu gehen, du leibst in deinem Auto. Oder wir schauen aus Entfernung und schießen mit dem Scharfschützengewehr. Das sagen wir so, du fährst vor ihn. Und du stehst schon irgendwo bereit, okay. Und ich stehe irgendwo in der Entfernung und schieße mit dem Sniper einfach so. Okay, dann nehmen wir zwei verschiedene Fahrzeuge. Dann nimm du dein Auto, guck auf die Karte, fahr so ein bisschen vor ihn, ich nehme ein anderes Auto und blockiere ihn. Nimmst du nicht einfach mein Auto? Ähm, wenn du mit deinem Auto bist... Ich spore doch irgendwie in der Straße neben ihn. Jetzt. Ich glaube, der fährt sogar gleich vor uns einfach vorbei oder so. Ne, nicht mal. Okay, ich hole mein Auto. Hol schnell dein Auto, ich blockiere ihn gleich. Oh, mein Auto steht da oben, ich komme da gar nicht ran. Ah, okay, dann komm, steck bei mir ein. Ich nehme ein Fahrrad. Attentäter. Du fährst jetzt mit dem Fahrrad zu dem? Ja, das ist ja gleich die Straße runter. Ja, Tommi, achte immer darauf, dass er fit und gesund bleibt. Ja, Tommi, achte immer darauf, dass er fit und gesund bleibt. Ja, super fit muss ich über Autos hüpfen. Das macht so Spaß, das hat mich und Simon schon gemacht, da sind wir auf der Autobahn gefahren und sind mit BMX einfach über Autos gesprungen, die uns entgegengerast sind. Der fährt übrigens jetzt los, sobald du das Gebäude erst erreichst. Okay, er fährt jetzt hier los, versuche jetzt ein bisschen vor ihm zu kommen. Ich stelle mich einfach so, ich stelle mich einfach so vor ihm. Passt schon, du stehst perfekt. Wann er jetzt noch 10 Sekunden stehen bleibt, dann habe ich ihn. Warte. Oh nein, darfst nicht. Er fährt los, er hat es gemerkt. Er hat es nicht gemerkt, er ist einfach zu lange gestanden. Aber er hat dann den Schuss aufs Auto gekriegt, weil ich genau dann, als ich abdrücken wollte, ist er natürlich losgefahren. Verdammt. Äh, ich glaube ich mache einen Fahrzeugwechsel. So. Echt, will ich den Fahrrad verfolgen? Das ist doch super schnell. Ups. Habe ich den aus Versehen von seinem Motorrad geschossen. Mit der Schrotflinte. Mit meiner pinken Schrotflinte. So. Den kriegen wir schon noch. Dieses Mal. Verdammt. Und der hat also schon ein Ziel. Ja, er hat ein Ziel. Er hat die Polizeistation als Ziel mit der Sicherheits. Ja, ich habe dich gleich aufgeholt. Diesmal ist ja die Straße hochgefahren, aber alleine schon ein Crash gebaut. Soll ich versuchen mit der Schrotflinte reinzuballern? Verdammt. Äh, könntest du versuchen. Ich will die Platte schießen. Das wäre sehr geil. Davor links habe ich dann... Aua! Komm rein, komm rein. Okay. Okay. Schnell, schnell, schnell. Gib Gas. Jetzt kann ich nicht das Dauer aufzielen. Er ist jetzt schon fast da, ne? Ich glaube, er ist schon da. Gleich noch ein drittes Mal. Okay. Er ist schon da. Hä? Ach, dann ist fehlgeschlagen? Ja klar. Aber eben war auch nicht direkt fehlgeschlagen. Er hat es nicht auf den Parkplatz geschafft. Ach, weil er eben da rein gecrashed ist. Ja, bei der Parkplatzmauer habe ich ihn erschossen. Weißt du? Okay, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Also dauert die Mission wenigstens ein bisschen. Das ist voll geplant von uns, dass wir das Video über 10 Minuten strecken. Oh, ich habe Vorfahren gedrückt. Scheiße, nochmal wiederholen. Oh. Diesmal. Okay, was ist jetzt der Plan? Damit wir wirklich... Also ich mache wieder gleich wie da, aber du versuchst... Du darfst ihn erst anhalten, wenn ich bereit stehe. Aber wir wissen jetzt wenigstens in welcher Straße ungefähr. Und wann ich wohin schießen muss. Das ist schon mal ein bisschen besser. Das war jetzt alles gerade noch ziemlich offen geplant. Gehen wir direkt auf Spielen. Panzerung zu brauchen. Achso, du bist doch am Beitreten. Nee, ich bin schon drin. Nee, bei mir steht Tritt bei. Aber ich bin schon bei mir drin. Hm, jetzt bist du drin. Du kannst mir glauben, wenn ich das sage. Nö, ich glaube dir nicht. Mann. Pech. Okay. Das Fahrrad steht wieder da. Ja, das Fahrrad und das Auto sind glaube ich zwei Fahrzeuge, die man zum Bereich gestellt bekommen kann. Kannst du da hin? Weil das schwarze Auto steht immer hier und das Fahrrad auch. Aber mein Auto steht diesmal auch die Straße runter. Sitzt da jemand drin oder warum steht das an der Ampel? Nö. Hol dir dein Auto? Ja. Wir müssen ja nur gleichzeitig circa hinfahren. Ja. Weißt du? Kannst schon los. Okay, du gehörst eh viel schneller. Höchstwahrscheinlich. Okay, ich versuche ihn so lange aufzuhalten wie es geht. Ich hoffe du triffst ihn diesmal. Ja, diesmal kann ich mich besser hinstellen. Der Mensch, den wir töten müssen, ist übrigens schwarz. Oh. Ja, dann erst recht. Ne? Also ich steh hier. Ich steh schon mit der Sniper bereit. Der muss nur an dir anhalten, dann haben wir's. Er hält an. Er hält an. Und er fährt... Er hält an. Ja, ein Wagen steht vor mir. Warte. Alter, ich... Ja, er ist tot. Wunderbar. Okay, ich steig ein. Ich hasse es mit diesem Playstation-Controller zu zielen. Sehr gut gemacht, Zombie. Ja, steig bei mir ein. Aktentasche wurde eingesammelt. Steig bei mir ein. Ich hab zwei Sterne. Ja, steig bei mir ein. Ich auch. Wir kriegen glaube ich sogar gleich drei. Oh, ich leg dich schon wieder ins falsche Auto ein. Kein Ding. Hä? Dein Auto ist aber auch schwer einzusteigen. Ja, so Türen sind schon schwer zu finden. Haben wir nur zwei Sterne? Die hätten ja schnell abgehängt. Nur zwei Sterne und die gehen gleich weg. Also das war die Pro-Version der Mission. Ja, die... Wir können die Mission auch schnell machen, um Geld zu verdienen. Ich glaub... 9.000 oder 10.000 hat die Mission gebracht auch. Es ist doch schnell verdient... Oh Gott. Warte. Psst. Ruckwärts. Boah, ist aber knapp. Nein, nein, nein. Der biegt hier ruckwärts. Äh... Naja, okay. Ach, der kam hier unten, ne? Fuck. Der hat uns auf der Autobahn gar nicht gesehen. Ah. Weiß mal auf der Karte halt nicht. Ja. Da werden keine Höhenunterschiede angezeigt. Hast du ein Ziel? Ich hab das... Ich seh das Ziel nicht bei mir. Nee, ich fahr einfach so ein bisschen Richtung Norden. Und hoffe, dass wir da richtig sind. Sollte ungefähr hinkommen. Hä? Warum wissen wir denn überhaupt nicht, wo das Ziel ist? Ja, wir müssen... Ja, weil wir jetzt Sterne haben. Ah, okay, okay. Und wir fahren wieder durch den Polizisten vorbei. Nein. Es sah nur so aus. Ach, stimmt. Es sah nur auf der Enttäuschung. Ja. Es kommt durch die Hitze. Siehst doch, wie die Sonne hier scheint. Ah, ich kann überhaupt nicht mehr. Ich brauch was zu trinken. Ich seh schon Polizeiautos, wo keiner sind. Kann sich ja auch in Büsche stellen, aber hier ist ja nirgends irgendwie so ein großer Busch, wo man mal reinfahren kann. Ich glaube, jetzt sind wir aber relativ... Hojo, fahren wir in den Busch rein. Hojo! Genau. Fahr dein Auto, was so hunderte, tausend Euro kostet, einfach gegen die Wand. Du bist sicher, dass man dich hier nicht sehen kann, wenn man dein Kennzeichen guckt draus. Voll unabhängig. Ah, wir haben sie abgehängt. Das lag bestimmt am Busch. Ja, ganz bestimmt. Ja. Nicht, dass sie hier nicht lang gefahren sind. Das lag am Busch. Zombie denkt immer, die Büsche werden heilig in diesem Spiel, ohne Witz. Sind sie da doch. Hallo, der brennt ne Busch, heilig. Aber in diesem Spiel brennt er meistens nicht, außer wenn du halt deine Haftbombe wirfst. Bach ist es so heiß hier, der brennt gleich. Ich glaube, du lügst mich schon wieder an. Ne. Würde ich doch nie machen. Ich kann dir nicht mehr glauben, weil du hast mich auch nicht geglaubt. Ihr könnt übrigens mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bei GTA Online noch übrigens sehen wollt. Soll ich auch mal so, hey, ich renne durch die Landschaft rum und sterbe wie Gronkh machen oder? Was wollt ihr denn mal sehen? Ich weiß es ja nicht unbedingt. Ich habe ja jetzt schon Deathmatch gezeigt, Missionen, Rennen. Heilschirmspringen ist jetzt nicht unbedingt so spannend. Ja, aber ich glaube, wir können mal so eine Fahrradfolge machen, wo wir über Autos springen. Simon, du musst unbedingt einfach mal schaffen, dass deine Capture Card funktioniert. Ja, das wäre so geil. Ich würde auch gerne aufnehmen, aber ich habe momentan noch das Tonproblem. Weißt du, wenn wir uns dann einfach so hinsetzen und dann alle drei irgendwie eineinhalb Stunden, also mit Manu, irgendwelche Modi dann zocken und einfach alle drei nehmen es auf und schneiden das in so ein paar Parts. Das wäre ja auch voll lustig, wenn wir durchgehend immer die Modi wegspielen. Ja. Vor allem, weil wir es auch die ganze Zeit so machen, ohne aufzunehmen. Also es ist ja einfach ein Spiel, was uns auch momentan richtig bockt. Also wir spielen jetzt ja eigentlich durchgehend. Wo ich auch am überlegen bin, einfach noch so eine Crew für die Abonnenten zu machen. Also man kann ja mehrere Crews haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Könnte man genauso noch so eine Abonnenten-Crew machen. Ich bin auch dein Abonnent. Ich will da auch einen. Ausnahmsweise. Ja, ja, er hat es geschafft. Oh, die Barbos. 1-3-3-7. Wir haben es geschafft. 1-3-3-7? Was? Ja, die Erfolgenzahl. Achso. Ey, das ist eigentlich eine Akten-Tasche. Das ist keine Akten-Tasche. Das sieht eher aus wie so ein Riechungsblatt. Ja. Komische Akten-Tasche. Vielleicht hat er einen ganz ausgefallenen Geschmack. 9000 läuft. Und Erfahrung. Fast 28. Fast 51. 55. Na gut, bei der Hälfte war ich. Aber gut, dann war es das mit der Mission. Herausgeber und Dieb. Mit dem Ungelied. Ja, hallo. Das bin ich. Die Mission hat mir gefallen. Euch das Video hoffentlich ja auch. Könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben. So wie wir bei der Mission. Richtig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.